Herzlich willkommen zu Jugend musiziert. Seit 2023 setzt Jugend musiziert auf eine vollständige papierlose Anmeldung. Damit Sie Ihr Kind bei Jugend musiziert anmelden können, müssen Sie sich zunächst ein persönliches Konto erstellen. Ein Konto ist eine Kombination aus Ihrer E-Mail-Adresse und einem Passwort. In diesem Video erfahren Sie, wie Sie Ihr minderjähriges Kind anmelden können, wenn es über keine eigene E-Mail-Adresse verfügt oder Sie nicht möchten, dass es sich ein eigenes Konto anlegt. Auf der Website nennen wir dieses Konto auch DMR-ID. Das Konto können Sie in den kommenden Jahren wieder verwenden. Lassen Sie uns starten. Öffnen Sie dazu die Webseite von jugendmusiziert www.jugend-musiziert.org. Am oberen rechten Bildrand sehen Sie das Wort Anmelden. Klicken Sie darauf. Wenn Sie noch kein Konto haben, dann klicken Sie auf Konto erstellen. Bitte lesen Sie während der Anmeldung aufmerksam die Hinweistexte. Sie helfen Ihnen, eine reibungslose Anmeldung durchzuführen. Zuerst müssen Sie Ihr Geburtsdatum angeben. Bitte geben Sie hier Ihr eigenes Geburtsdatum ein, nicht das Ihres Kindes. Als nächstes geben Sie bitte Ihren Vornamen und Nachnamen sowie Ihre eigene E-Mail-Adresse ein, nicht die Ihres Kindes. Nun müssen Sie noch in die Datenverarbeitung einwilligen. Nach dem Absenden wird an die von Ihnen eingegebene E-Mail-Adresse eine E-Mail versandt. Bitte prüfen Sie Ihren Posteingang, gegebenenfalls auch den Spam-Ordner. Sie erhalten eine E-Mail mit einem Link. Über diesen können Sie mit dem Erstellen des Kontos fortfahren. Klicken Sie ihn an und vervollständigen Sie Ihre persönlichen Informationen. Wählen Sie Ihr Geschlecht und ein Passwort. Geben Sie dieses doppelt ein, um Tippfehler zu vermeiden. Auf der nächsten Seite müssen Sie noch Ihre Kontaktdaten angeben und der Datenverarbeitung zustimmen. Danach auf Erstellen klicken und schon haben Sie eine DMR-ID, mit der Sie sich bei Jugendmusiziert einloggen können. Im Anschluss können Sie sofort loslegen. Beim ersten Mal werden Sie noch gefragt, ob Jugendmusiziert auf Ihre persönlichen Kontodaten zugreifen darf. Bitte stimmen Sie hierzu, um sich bei Jugendmusiziert anmelden zu können. Nach dem Login sehen Sie im oberen Bereich ein Aufklappmenü hinter dem Wort Personen. Hier können Sie auf Kind hinzufügen klicken. In der Maske danach können Sie die Daten Ihres Kindes angeben. Bitte achten Sie auf das korrekte Geburtsdatum. Eine falsche Angabe kann zum Ausschluss von Jugendmusiziert führen. Nachdem Sie Ihr Kind hinzugefügt haben, müssen Sie in die Ansicht Ihres Kindes wechseln. Klicken Sie dazu im Aufklappmenü Personen auf den Namen Ihres Kindes. Sie sind jetzt bereit, die Anmeldung für Ihr Kind auszufüllen. Auch hierfür haben wir Ihnen ein Anleitungsvideo erstellt.